hallo meine wundervollen seelen schön dass wir hier zusammen kommen ja zur ziehung der gewinner ich danke euch von herzen 84 kommentare gab es unter meinem 5000er video das war der hammer ehrlich er begeistert mich ja immer wieder also ich stelle jetzt die kamera um ich habe hier so kleine zettelchen gemacht da habe ich jemals eine nummer draufstehen das könnte ich glaube ich hier so lesen und ja daraus sehe ich jetzt drei personen wenn ihr auf die kommentare geht und dann das neueste zuerst das ist die reihenfolge die ich angelegt habe gut wir sehen uns gleich steck gerade um so dass hier sind meine treppen ich will es euch noch mal zeigen er hat das ist die 56 oder hier was habe ich hier die 24 die erste die ich ziehe ist die neunerlegung der dritte platz der dritte platz für die neunerlegung ist die möchte ich haben die 69 der zweite platz für das keltische kreuz wieder ein bisschen auseinander diese hier unten die 76 und das große platt geht an ich schreibe euch an und dann müsst ihr allerdings kontakt mit mir aufnehmen weil ich kann euch jetzt nur in den kommentaren anschreiben und meine telefonnummer schreibe ich euch dazu und dann lege ich auf die karten ich danke euch von herzen ich danke jedem einzelnen der zugeschaut hat der mir sein abo gegeben hat weil das bringt mich weiter wenn ihr mich leid wenn ihr mich teilt wenn ihr mir herzen schickt ich danke euch von herzen macht's gut